hi leute willkommen zur neuen folge minecraft skype.net server und heute spielen wir mit dem kit miner dann startet auch schon die erste runde nein so dann gehen wir hier rüber zu den gegnern direkt nach unten und killen die warum schlägt er mich mit seinem opfel oder was das immer war ich kann nicht nach oben so dann gehen wir zu den gegner und killen sie beide ganz easy und hier kommt noch mal könnte ich bei denen hier den boden abbauen nein und ich weiß nicht das war so aber zum glück fällt er nach unten nein komm da kommen schon gegner glaube ich jetzt mal dazu getötet ja sind sogar so und jetzt jetzt das war zu krass das war zu krass